Karlau, die Stadt der Karlauer, ist eingebettet zwischen Spreewald und dem Lausitzer Seenland. Dem Schusterhandwerk verdankt Karlau seine weltbekannte Bedeutung, dem Karlauer Wortwitz. Doch seit einiger Zeit ist Karlau auch bekannt für ein besonderes Einkaufserlebnis. Denn die Interessengemeinschaft in Karlau clever kaufen hat so einiges auf die Beine gestellt. Nun haben sie dafür den zweiten Platz bei der City-Offensive der IHK Cottbus belegt. Doch was halten die Karlau und ihre Gäste vom Einkaufen in der Innenstadt? Na, sehr wichtig, dass das belebt bleibt, definitiv. Warum? Weil da das Leben stattfindet, dass nicht alles in die Peripherie und in die großen Zentren geht und auch zu den großen Ketten. Da findet Wertschöpfung statt. Ja, auf alle Fälle. Das ist teilweise rückläufig, bei Lebensmitteln nicht. Obwohl viele, wenn sie krank und älter wären, natürlich auch beliefert werden wollen. Das machen wir auch. Ja, das ist teilweise schwierig für Kleinhändler auch, auf die Preise mitzuhalten. Hauptsächlich in Innenstädten. Ich möchte, dass sie hier bleiben und dass ich beispielsweise Vorwerk, Schreibwaren laden. Ich möchte, dass ich einfach auch Kleinigkeiten mal eben kaufen kann oder die Kinder hinschicken kann. Und das kann ich mit, also ich kann die Läden nicht unterstützen, wenn ich das im Internet kaufe alles. Innenstadtlage finde ich schön. Wir sind jetzt das zweite Mal hier. Und also auch, wie das angelegt ist hier mit den Parkplätzen und dass hier auch ein bisschen Leben in der Innenstadt ist. Also bei uns in der Region sind die meist ausgestorben, weil man irgendwo auf die grüne Wiese in ein Einkaufszentrum geht. Was haben Sie eingekauft? Ich habe ein Bild eingekauft für meine Wohnung, für mein Wohnzimmer. Nun könnte man das ja auch irgendwo im Internet bestellen. Warum ist das wichtig, in der Innenstadt einzukaufen? Ich bin schon ein Fan davon, die lokalen Geschäfte so mit zu unterstützen. Ich kenne das so von Oma und ich bin da am Sonntag langgelaufen und ich habe es gesehen und ich musste es einfach haben. Also ich glaube insbesondere in Karlau vielleicht, dass mehr was für die Jugend gemacht wird. Das ist eine Stadt für alte Menschen und die Alten überwiegen hier auch und viele junge Menschen gehen hier halt einfach weg. Also man müsste mehr für die Jugend machen. Zur Preisübergabe kam auch der Staatssekretär im Brandenburger Infrastrukturministerium Rainer Genilke. Die Karlauer haben sich sehr viel Mühe gegeben im letzten Jahr mit einem Vorschlag, die Innenstädte zu beleben. In einer nicht ganz einfachen Zeit von Pandemie geprägt, haben sie sich aufgemacht, Ideen dafür zu entwickeln, wie kann ich Innenstadt wieder beleben, wie kann ich meine Innenstadt, die ja auch Heimat für viele ist, die zum Verweilen einladen soll, aber auch zum Kaufen, zum Flanieren, aber natürlich auch in den gastronomischen Einrichtungen unterwegs zu sein oder wie hier im Kunsthandel unterwegs zu sein, wie kann ich das wieder den Menschen näher bringen nach einer doch eher tristen Zeit. Und das machen wir zusammen mit den IHKs im Rahmen der City-Offensive und mit dem Innenstadtbündnis. Und Karlauer hat den zweiten Platz errungen und ich denke, dass es es wert, hierher zu kommen, nach Karlauer zu kommen und diesen Preis persönlich zu übergeben, nämlich den Protagonisten, die sich da aufgemacht haben, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern nach Ideen suchen, wie sie wieder zur alter Stärke zurückkommen. Und das ist aller Ehre wert, hier heute in Karlauer diesen Preis persönlich mit der IHK Cottbus zu übergeben. Die prämierte Marketingkampagne Regional ohne Porto und Retour setzt sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Im Kern geht es um die Stärkung der regionalen Wirtschaft und der Karlauer Innenstadt. Mit Kunst, Kultur und authentischen persönlichen Aktionen wird versucht, das Bewusstsein für die eigene Stadt wieder in den Fokus zu rücken. Insgesamt zehn spannende Beiträge gingen für den von der Industrie- und Handelskammer Cottbus letztmalig ausgerichteten Innenstadtwettbewerb Handeln für lebendige Innenstädte im Rahmen der City-Offensive Südbrandenburg 2021 ein. Doch was muss aus Sicht der IHK seitens der Politik geschehen, um den Einzelhandel in den Städten wieder zu stärken? Wir müssen natürlich ein paar Situationen wirklich ernsthaft beleuchten. Es ist sicherlich so, dass eine ganze Menge ja auch verloren gegangen ist an Kaufkraft, zum Beispiel durch das Kurzarbeitergeld. Dass wir aufpassen müssen, dass uns die Menschen da nicht entgleiten in irgendwelche sozialen Schräglagen, die dazu führen, dass überhaupt gar kein Konsum mehr möglich ist. Da muss natürlich, und jetzt haben wir leider Gottes ja den Bundestagswahlkampf fast durch und werden uns ja dann am Sonntag mit einer neuen eventuellen Konstellation auseinandersetzen müssen. Wir müssen dieses Thema wirklich stark priorisieren. Und man muss auch wirklich das mal ernsthaft, und ich sage es wirklich mit voller Inbrunst, sich aufrufen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, da zumindest auch eben halt diese Einschläge, die manche Menschen da bekommen haben, zu regeln, dann haben wir nichts gekonnt. Also ich sehe da schon eine klare Aufgabe, dass man in dem sozialen Bereich eine ganze Menge mehr tut. Die Interessengemeinschaft freute sich über das Preisgeld und die Anerkennung ihrer Aktion. Doch was machen die Karlauer Händler anders, um ihre Innenstadt zu beleben? Ja, wir haben versucht eben Kunst und Handel unter einen Hut zu bringen, ja, Akteure dazu gewinnen. Und da sind wir auf so eine tolle Begeisterung gestoßen, auch bei den Künstlern, dass wir das nicht nur vor sich, sondern dieses Jahr weitergeführt haben. Und damit haben wir einen Riesenerfolg gehabt, eine Resonanz nicht nur von den Künstlern, sondern auch von Touristen, von Einheimischen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Kleinstadt Karlau mit ihren ca. 8000 Einwohnern hat sich in den letzten Jahren zum Kleinod in der Lausitz entwickelt. Die Aktion in Karlau Clever kaufen hat sich ja dazu auch ihren Beitrag geleistet. Die Aktion in Karlau